ja herzlich willkommen neues let's play neues format ein 2 und 2 format starcraft 2 wie angekündigt und zwar mit dem luxor und mir grüß dich ja was sagt das format wir beide ein noob und ein bro in der letter und schauen wir einfach mal wo wir hinkommen also wir haben noch keinen titel ich hoffe dass wir damals unseren titel für dieses format zum ja vielleicht während dieser folge so rauskriegen können wir mal gucken es gibt so viel blödsinn aber keine ahnung ich würde sagen wir starten erst mal mit unserem ranking war ja und dann noch so ein bisschen gucken ja kannst loslegen so ich spiele terren du ja auch aber ich kann auch eine gespielt habe ich habe in der letzten zeit eigentlich mehr stark aufspiel haben nur zwei und zwei gespielt ich habe mich und selber in die dir hochspiel das war grausam was ich für mates bekommen hast du in random gespielt und solche gegner habe ich dann auch bekommen okay ja ich habe auch oft matches kaputt geht hier einfach geliebt sind weil sie mein master haben gesehen haben ja gut dann kommt man natürlich dann auch gleich in die schnellen games rein ja ich habe ich habe jetzt 64 16 in der dir ich weiß nicht hast du das im finale mitbekommen nee leider nicht ich habe es wirklich mitbekommen einfach noch ein führer zahlen handeln an 135000 er dafür dass er praktisch dass der du im final ist es extrem viel vor allem für ein pvp finale ich meine vorletztes jahr das erste mal 100.000 auf der blitzkong geknackt dieses jahr haben sie auch glaube ich 150 gehabt bei der blitzkong und jetzt bei IEM aber ich meine CSGO hat 1.000 krank aber ist aber so die meisten spielen CSGO und wegen der Skins und wegen dem Matchmaking ich meine ich spiele der selbe macht aber schon spaß wenn du nicht aber zurzeit ist der extrem mit cheatern und zwörfern was in jedem game ist das ist dann nicht so toll weil er spielst du eigentlich ja weil er spielst du eigentlich 100 Daimler und jetzt hat mich am Arbeitskollege auf Boda gebracht und wie ich sage ja ich habe erst 20 stunden und habe ja egal alles fertig ich meine man kriege das nicht sprechen alles so stark aber ich bin ja im normalfall bin ich auch nicht gut ja ich nehme das zwei garanti ich nehme, das wäre sicher nichts ich nehme, das wäre gewisse ich nehme, dass wir die Mariners wird nicht knapp, so wofür einfach nicht ich nehme, dass ihr in jedem einfach noch schytesig oder ich nehme mir, auf die ich nehme mal, das wäre gut SCD ist bereit! Huh? Uh-huh. Was ist es wert? Nichts, was ich kann nicht. SCD ist bereit! Guter Haugen aus. SCD bereit! Add-on, complete! Was geht an? SCD bereit! Wenn du willst, kannst du mir den Kontroll über deinen Reaper geben, ne? Moment. So, drück ich dann bei mir durch. Okay, okay, komm. Wann willst du Druck machen? Oh Gott. Jetzt haben wir natürlich ein riesen Bullshit gebaut. Ich habe dummerweise die F2-Taste jetzt gedrückt gehabt und die ist eigentlich dafür da, um meine Aufnahme zu starten und zu stoppen. Okay. Oh, jetzt habe ich hier ein paar Splitter drin. Ha. Fackert. Okay. Oh, wir können mit einer. Nein. ... also wenn Orkir kommt, musst du schon Turret bauen, sonst ist das eher... ... jetzt so groß. Was? Was muss ich? Turret bauen. Also Turret. Wenn du einen Reaper spielst, soll ich eigentlich... ... entweder danach Reaktor spielen und Exen oder noch einen Reaper bauen und dann weg. Ja, ich hab eigentlich versucht, jetzt diesen Build zu spielen. Ich möchte jetzt erstmal irgendwie versuchen, um ein Bild sauber reinzukriegen. Okay. Ne, wie wolltest du das denn? Weil ich jetzt erst mal wieder einmal reinkommen muss. Keine Ahnung mehr geworden. Das ist eigentlich schlecht für ihn. Weil überhaupt kein Dämpfer auf. Kannst du die Kontrolle übernehmen können. Das wäre gut. Wunderbar. 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 Ich pushe vorne dagegen, die haben nichts. Gut. Entweder musst du jetzt hintergehen und treffen oder... ...drauf gehen, mit mir. Probieren wir es einfach mit drauf. Okay, wir haben... Also, ich bin hin, da ist safe. Ja, ich hab's nicht gesagt. Und das war es eigentlich. Oh, was ein seltsames Spiel. Das hab ich jetzt mal nicht erwartet, aber... Ich wusste gar nicht, dass wir schon gerankt sind. Ja, das ist selber. Krass. Wann war denn das? Hm. Als wir 1-2-2 gemacht haben und dann 4 gegen 4 gespielt haben. Da hast du mir schon gerankt gewesen. Ich dachte, da hätte noch ein Spiel gefehlt. Huh. Schon gerankt. Schon gerankt. Naja, das ist selber. Mal schauen, ob ich jetzt den Bild ein bisschen besser rein krieg. Oh, das fühlt sich doch alles so fremd an grad. Ja. Ja, Gynäkologe und Poptologe. Alles klar. Aber sonst ist alles klar, ne? Schöner Name. Schöner Name. Ich hab's nicht auf dem Boden. Ja, am besten... Du Wollt und ich spielen, äh... Offrex. Äh, also nicht Offrex, aber... Okay, bei mir. Dann kann ich besser, klar. Mhm. Auch wenn's wegen Risky ist, aber... Mit meinem Bild dürfen wir nicht dagegen sterben, normal. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Okay. I got it. Ready Map is plans formula, so must return. Int Cloud. Mhm. And rear within gear. Additional supply depots required. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Yup. What's going on? Not enough Minerals. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Not Enough Minerals Not Enough Minerals Ich brauche jetzt erstmal noch nichts, weil ich jetzt erstmal das ganze OneBase versuche zu spielen Okay Der muss mit dem Bild nur klar kommen Der macht so erstmal, finde ich, noch nicht so den Sinn Ich weiß ja nicht, nein Was willst du eigentlich spielen? Mit dem Film oder beziehungsweise Ähm Not Enough Minerals Ich habe nichts für mich zu töten Im Prinzip ist das eigentlich ein Combat Shield Push Auf Wombus Mhm Okay Also wahrscheinlich Combat Shield und Stimmer, ne? Mhm Okay, ja, okay Also Stim, ähm, allerdings erst delayed Our allies are being attacked On the way Agreed Certainly Add on complete Our allies are being attacked Invite Stim Es bessere Pf Atlass Hay Es ist wirklich gut. Oh mein Kumpel ist nochmal ausgezinkt Ach ja, was ich sagen wollte, wenn du ein Push spielen willst, spiel es mit 2 Gards und 2 Technik Aufwärts, aufwärts, aufwärts Kommen ein paar viele, wa? Aber es geht eigentlich Wirst du drauf gehen? Können wir auch den machen Go, go, go Armed and ready Aufwärts, aufwärts, aufwärts und ich spring mit meinem Rippern hoch Mhm Und dann ready Been waiting on you Our allies are being attacked In the rear with Our allies are being attacked It's better because By the numbers boys Für die Been waiting on you Our allies are being attacked Wart nicht schlecht Aber nein, meine Müheverfacken Das war's für heute. Es wird, äh, ja, zieh ich wenig zurück, die Mavis. Die Mavis ist ganz gut für Tanks, weil du, äh, dich hinter die Basis zieht, äh, siehstchen kannst. Ja, die Ecolan nicht abschieben kannst. Oh ja, okay. Oh ja. 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 You just fucking. Ah. dass sie zuhören, am besten die Marauders nahe zusammenstellen und praktisch die Marines dahinten, ja, Stim oder Kalten. Dass die Marauders praktisch die Banninge blocken und nicht die Marines attacken. Vorteil war jetzt, dass hier der Creep so gut wie nicht vorhanden war. Jetzt waren sie noch relativ langsam. Ich wurde mal, dass die Map eigentlich ganz gut für Tanks ist. Und ich halt gespindet habe, habe halt meine Tanks unten an die Krippe hingestellt. Und der Toss halt versuchen wollte, meinen Drop abzumehren. Und ich einfach die Tanks auf die Toss-Armee schießen lassen. Und meinen Drop halt genau über die Toss-Armee ausgelandet, weil ich einfach viel mehr hatte. Und so praktisch die Toss-Armee geflankt habe. Ja, und easy zerstört habe. Ach, hier! Das kleine Dingell! Ja. Das ist der einzige Eingang. Oh, okay. Es hat bloß viel Platz für einen Reaper. Oh, das muss noch etliche Spiele geben jetzt halt hier, dass ich da mal reinkomme. Haben wir da Beiflag? Ja, klar. Was? Jetzt so ein bisschen komisch, der hat der Bild, der fühlt sich halt überhaupt nicht vertraut an. Das ist so das große Problem gerade. Ja. 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 Meine Hände wären zwar gerade wieder eiskalt, aber es hat schon länger gedauert als sonst. Genau die lasten Minions. Ist auf einem guten Weg. Ja, ist schon mal was Positives. Ja. 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 Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe, aber jetzt geht auf einmal der Bild. Ja. 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 Okay. Der hat auch zu viel geschlüffelt. Ich bin auch erst mal gegen Master, wenn ich gegen Master spielen, äh, Doppel-Expansion machen. Kann man mal machen. Ja. Wenn, wenn ich, wenn ich nicht so im Bild spiele, ist das halt extrem gut, ne? Äh, Tosh stirbt halt jetzt. Naja, okay, der stirbt nicht, aber... Ich habe schon einen Schaden bekommen. Äh, ich... Ich habe schon mal ein bisschen vor. Also es hat dann nur noch, nur noch eine Ängste. Das mal sieht es vom Timing her ganz gut aus. Ja. Das besser wäre gut. Research. Complete. What? Been waitin' on you. Uh. Du kannst vollpushen, ich spring hoch und längst ab. Mhm. Mhm. Gameway. Coming through. You got it. Oh, yeah. Our allies are being attacked. Affirmative. Oh, armed and ready. Our allies are being attacked. Also ich hab jetzt vom Toss... ...fünf Stunden Storko und eine Morte gegen Chainsaw in den Recon. schön da haben sie sich ein bisschen übernommen so wie stehen wir denn aktuell 4 zu 1 ich ganz solide ja nächstes können wir durchziehen also wenn der bild auf geht spiele sich wirklich schön was du recht früh druck machen kann ich habe mir deswegen den ausgesucht weil ich sonst immer dazu neige zu spät druck zu machen also oft immer so bei minute zehn oder elf erst und es halt blödes timing von da ist es schon ganz nett jetzt dass es so läuft ich werde jetzt auch viel ging erst mal noch das ist mal richtig sitzt dann mal in die letter gehen muss ja da auch noch mal was mit gold machen da war ja auch noch was offen jetzt ist hier maßorik löse kommen ja das wurscht Im True Red go go, kann ich. Im Prinzip muss er ja nur gegenrepairn. Bis die was Oracle haben, hab ich entweder irgendwas, das denen weh tut. Und das wird dann jeden mehr weh tun als wir. Bis die was Oracle haben, kann ich halt schon mit 20 Benchies. Ja okay, deswegen weiter eben. So repair ich jetzt gar nicht. Aber... Ja. Normalerweise kann mit dem sein. Aber ich neige dazu, weil es zwar immer wie es kann mit dem zu spät. Ich nutze es halt gern zum Üben. Ja, aber wenn man ehrlich ist, wirklich weiterbringt es einem nicht. Boah, nicht unbedingt, aber wenn man so ein bisschen Sicherheit kriegt, dann ist das schon was wert. Aber jetzt ist es am Wochenende gibt es ja auch 2 vs 2 Tournament. Um 5.000 Dollar. Bei sich. Und von Neffenijs, was ist das noch nicht. Neid. Und amerikanischer, sag ich mal in der Szene bekannter Kaster. Alles organisiert. Mit Gruppenphase und wass. Ja gut, mit ausländischen Streams hatte ich bis jetzt eigentlich nix so am Hut. Naja, viele deutsche Streams gibt es ja jetzt an. Das ist richtig. Vor allem im Caster-Bereich ist die hier ziemlich nahe. Aber was heißt Brause oder? Ja, Herr! Ja, hm? Oh, das ist einfach großartig. Geh an! SCV bereit! Was ist passiert? SCV bereit! Wir haben beide eine SCV und eine Toss an den Probe geschickt. Und die wollten mich halt extrem stören bei der Kaserne. Und ich bin halt Master und habe alle beide Worker zerstört ohne dass ich einen verliere. Das war halt irgendwie belustigend. Dann kommen wir nur mal rein. Weil das ist eigentlich ein ganz guter, sagen wir, Rush, den gegenlawischen Terraner zu stören. Ja, egal. Wenn jeder einen SCV nimmt. Hör mich! Weil du musst dir einfach im theoretischen Sinne die schicken, damit der Feig gewinnt. Und die kosten halt ewig viel mit. Oder versucht hier eine Probe zu verstecken. Upgrade. Die Beste. Die Beste. Ja, das ist ceit! Die Beste. Alles in Ordnung. Ich bin hier. Ich bin hier. Beste EU-Tisch. Die Beste! Was ist es wert? Ich bin bereit. Agreed. Fair enough. I'm going, I'm going. Big job, huh? Ah! You scared me! What's going on? I'm ready. I'm ready. Death from above. What? Our allies are being attacked. Woohoo! Over time. SCB ready. Our allies are being attacked. 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 Guys, this better be good. Who wants some? Who wants some? Our allies are being attacked. Our allies are being attacked. Outstanding. Our allies are being attacked. Who wants some? The Protos are being attacked. Yes, it's time for a minute. Maybe we'll get another one more time. Oh, we'll get another one more time. You idiot. You idiot. Yeah, I'm idiot. I'm just a one more time. I'm just a one more time. The Protos are being attacked. Unpacked. 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 Also ich kann sie jetzt eigentlich im Normalverdien Au die haben schon ein Wort Halt auf die Scammer und so fokussend ob sie raus Ja die haben deine Option Ja ist raus Beide 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 Nice Ja Ja So schnell ging's Einen Toast hab ich ja komplett Zerstört sag mal ich hab mit meinen Hayans Zehn zwölf Worker gekillt und jetzt glaube ich nimm dort fünf Siebzehn Worker in acht Minuten das ist sein Wer war das? Ich glaub das war Nerna Nerna hat hier und dreißig Worker gebaut Also siebzehn Worker hat er so noch Das nur mit den Reapern Ne Ich hab kein Reapern mit Hayans Achso Mit Halyonten Mit zwei Hayans Mit zwei Hayans Und er darf mit zwei Minen Und dann geklatscht Schönes Ding Und dann Und dann Und dann Kannst du die Fingernchen wieder ein bisschen Bewegung reinkriegen Ja würde ich sagen go go Ja würde ich sagen go go Läuft auch nicht mehr lang die Season Weiß ich Weiß ich Sechs davon ne Nach zwei Wochen Ich weiß nicht Ich hab nämlich noch nicht mal da erkundigt ob es überhaupt schon einen neuen Map Pool gibt Ja ja Ist da schon was öffentlich? Ja schon längst Oh Seit die Cups nicht mehr sind bin ich vollkommen raus Ist doch Die haben ja die haben aber schon langs veröffentlicht schon im Teper oder so Ah Januar Die neuen Maps sehen total scheiße aus Noch beschissener als die jetzt sind Na ist super Ich find's ja geil alle holen um das Mechten nur turnen Im Prinzip kann Mechten nur turnen Ich will ja nicht turnen Aber wenn ich aggressiv spiel Sterbe ich einfach weil die Maps einfach beschissen sind Hm Ich krieg die 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 allein schon ähm Ähm Wo ähm Die ähm Mainbase ist teilweise So So groß wie eine Final Map Wie soll ich da Wie soll ich da die Drops verhindern Na Ist ja gar keine Chance Natürlich Wie viele Turrets wüssten du bauen 20.000 auch muss ich nicht Na ja kosten ist kein Supply Nein Beim verborgenen der Quellen war ja schon läutig Das war zwar keine schlechte Mech-Map Aber Nein Spielst du jetzt eigentlich noch hauptsächlich Mech oder? Na Nein Beides eigentlich Das löscht mehr oder weniger Naja je nachdem Ich muss so lauter Ich fasse mich der Spiel zu was ich auch an Was ich in dem Fall das erste macht Hm Mit Bayern bin ich halt noch nicht so extrem sicher Da baue ich noch zu viele Spiele rein Aber ansonsten ist es eigentlich auch ganz gut ein Level In 2 mit 2 spiele ich eigentlich nur Bayern oder spiele ich überhaupt keine Mech Mech gewinnt zu einfach Nö ich hab Nö ich hab Anfänger Level 8 oder so bekommen Naja Konnte halt nix Und ich wusste gegen 2 Dimens spielen Aber ich hab ich mir gedacht dann spiele ich Mech und hab zu Bayern gekillt Mh 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 Es war halt relativ Gut Mit Bayern ist es halt ein wenig schwerer Da brauch ich nicht Da müsste ich äh Multi droppen Da bin ich der Armee klein halt und selber schnell exzeln Und das ist alles noch ein bisschen zu viel Musik zu haben Da brauch ich nicht Schau an die 200 abm Schau an die 11 Schauan 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 Horst generating ÖS Oh Ja, ja, wir sind bereit Ja, wir sind bereit Ja, wir sind bereit Ja, wir sind bereit Ach so, was? Die ist nicht komplett zu Ja, kann man so sagen Ein bisschen Ja Ja, aber es ist ziemlich eng, von daher Addon, complete This better be good SCB ready Been waiting on you Okay Okay, wait, coming through Okay, complete Bad news Who wants some? What's going on? It's about to get heavy It's about to get heavy Go, go, go No, no 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 Additional Supply Depots required. Additional Supply Depots required. Go ahead! Be in the rear with the gear. Our allies are being attacked. Additional Supply Depots required. Not Enough Minerals. Not Enough Minerals. Not Enough Minerals. Research complete. You want a piece of me, boy? Not Enough Minerals. Not Enough Minerals. Not Enough Minerals. Not Enough Minerals. Dein Sound vom Mikro ist echt geil. Wieso? Das klingt, wie wenn du irgendwo so eine Hummel eingefangen hättest. Nein, das ist wenn ich das Gefühl habe. Okay. Ich kaufe mir ein Mikro. Okay. Research complete. Not Enough Minerals. SCB ready? Not Enough Minerals. Literal Field completed. Bad Minerals? Huh? I can't wait. I can't wait. Who was you were? Ich schau mal ob da noch irgendwo was rum stehen hat. Ob das mir zufällig kling kommt. Not Enough Minerals. Been waitin on you. Hey baby. Not Enough Minerals. Coming through. You got it. Additional Supply Depots required. Äh, endlich sollte er aufgehen. Komm weg, komm weg, komm weg. Kann mir besser als eh. Oh fuck, ich hab komm ja schiefen. Das ist besser. Wetter aufzugehen, weil er muss auf ihn wandern. Not enough Minerals Not enough Minerals Upgrade complete Not enough Minerals Not enough Minerals Not enough Minerals Our allies are being attacked Our allies base is under attack Ich darf sofort nicht alleine aufgehen. Ja, ja, hab ich schon gemerkt. Ja, was die anderen Male hat es so gut funktioniert, jetzt dachte ich, okay, kannst du wieder machen. Ich kann nur was einfach ächsen und nichts aufgehen. Wir müssen ja irgendwann rauskommen, nicht wir. Okay. Not enough energy. Mineral field depleted. Gotcha. Better CB ready. Mineral field depleted. Not enough minerals. Let's have a blast. Not enough minerals. Upgrade complete. Not enough energy. Yep. Our allies are being attacked. Mineral field depleted. Not enough energy. Not enough energy. Upgrade complete. Upgrade complete. Wir hören uns! Wir hören uns! Wir hören uns! Das wäre gut! Erd-on, complete! Wir sind uns! Was ist passiert? Ich bin! Erd-on, complete! Not enough minerals! Our allies are being attacked! Depleted! Erd-on, complete! Not enough energy! Mineral field depleted! Our allies are being attacked! We're coming! We're coming! I'm here on the! Be on the boss! By the numbers boys! Our allies are being attacked! This better be good! Let's go! Ok! We're coming out! Run! Our allies are being attacked. Our allies are being attacked. Not enough minerals. Our allies are being attacked to not enough energy. Not enough minerals. 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 Will ich nicht mit der Lage vorgehen. Naja. Naja. Ich will mal ein bisschen weiter. Not enough minerals. Not enough minerals. Brauchst halt Medi-Waxer und Tanks am besten, ne? Tanks? Not enough minerals. Not enough minerals. Yeah, whatever. Go ahead. Not enough minerals. Not enough. Our allies are being attacked. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Ready to roll out. Our allies are being attacked. Not enough minerals. Not enough minerals. Go ahead. Not enough minerals. For now. Not enough minerals. We do not need a clean craftsmanship. vorwärts zurück was will ich denn da noch größer ja die haben ja von deiner seite auch noch ein bisschen angegriffen das funktioniert nicht mehr ich hab halt meine savecard deine allies are being attacked not enough energy oh wo ist das text aus damit ich zum blocken kann gotcha what's going on this better be good not enough minerals not enough minerals not enough minerals ah you scared me vespine geyser exhausted not enough energy not enough energy not enough energy not enough minerals ready to roll out ready to roll out been waiting on you go ahead go 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 ahead stay in the rear with the gear ready for dust off ready for dust off ready for out ab ich entweder afg Not enough Minerals. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Our allies base is under attack. Our allies are being attacked. Upgrade complete. Upgrade complete. That's good. This better be good. Our allies are being attacked. That's fine. Mineral field depleted. Not enough Minerals. Our allies are being attacked. Mineral field depleted. Not enough energy. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Mineral field depleted. That it'll roll out! Upgrade. Mineral field depleted. Big job huh. Go ahead! Yeah! Long enough energy. Oh. Supply mixed. Was ist er offen? Droppen? Ja, droppen, droppen, droppen. Armed by the numbers, boys. You gonna give me orders? Mineral field depleted. Go, go, go! What's that? Where's the emergency? Aber außen und so darfst der Gegner nicht sehen, ne? Ja. Weil wenn die Angreifer und so viel haben, ist das ein Problem. Versuch am besten die Zerg-Basen zu zerstören. Mineral field depleted. In the pipe, 5x5. Okay, absolut überfordert. Mineral field depleted. Our allies base is under attack. Loud and clear. Our allies are being attacked. Upgrade complete. Scheiße, Obi. Ich hoffe, der hat es nicht gesehen, aber es ist unwahrscheinlich. Okay, die eine Goldeskomponente ist. Wegen. Our allies are being attacked. Mineral field depleted. Acknowledged. Upgrade complete. Here's your stop. Our allies are being attacked. Bring it. Okay, die eine Goldeskomponente ist komplett raus. Also. Ich schau mal, was hier los ist. Rauf stimmen. Keine Panikviel haben. Spinecrawler, die er japanisch setzt. Okay, nächste Base down. Our allies are being attacked. Jetzt schnapp ich mir gleich die Terran Base. Let's rock! Our allies are being attacked. Okay, Terran Base is down. Okay, Terran Base is down. Hach. 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 Ich glaub' das wars. Hach. Oh. Alter flotter. Zweimal verkackg ist komplett und dann reißen wir es troch noch. Oh. Stunde immer voll, meine Nerven sind auch am Arsch Ja, war ganz nett Das heißt, jetzt werde ich mir dann mal in Ruhe die Replays anschauen und mir mal listenweise aufschreiben, wo ich jetzt überall noch richtig ansetzen muss Also nicht in Armee rein Richtigste Und wenn es zu viel ist, in Sensor 180 Grad Kein Ende Ja, das noch abzuschätzen, wann es zu viel ist Das hat bei jetzend in dem ganzen Tumult war, war das, ja keine Ahnung War noch nicht so wirklich drin Aber egal Bis zum nächsten Mal wird es besser Wenn ein paar Spiele noch gespielt werden von mir Vielleicht sogar hier in My Way to Gold weitergemacht Ich hoffe Wie es die Zeit jetzt auch gibt Ja, dann brauchen wir noch einen Titel jetzt Wie man jetzt hat dieses LPT denn Oh Gott Keine Ahnung Lass mir mal noch was einfallen, glaube ich Die zwei Nerds Die zwei von der Tankstelle Ja Egal, bis zum nächsten Mal, denke ich mal, haben wir einen Titel Ja Dann hoffentlich hat es euch gefallen Euch Zuschauern Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder Wird jetzt ein regelmäßiges Format werden Da muss ich meinen Arsch hochkriegen Erster Schritt ist ja jetzt getan Das fahre ich nach Hingensburg Ja Fuck, man ist gar nicht so weit weg, ne Ja Und da ich eigentlich das auch jetzt habe Oh oh Okay Also wir müssen definitiv regelmäßig spielen Das kriege ich einen Tritt in den Hintern Ja Und man sieht sich dann zur nächsten Folge wieder Untertitelung des ZDF, 2020